Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute möchte ich euch zeigen, mein klassischer Kartoffelsalat, sozusagen ein Grund Kartoffelsalat. Welche kann man aber dann noch mal umernden, so wie man gerne möchte. Es kann man dazu geben noch Gemüse oder Fleischwurst oder Eier. Es ist natürlich dann nach Lust und Laune und für welchen Tag und für was das zu bereiten. Kann man immer abwandeln und Grundrezept ist so einfach, aber schmeckt sehr sehr lecker und so sieht er aus. Es wird nicht mit Mayonnaise gemacht oder Schmand oder Joghurt. Es wird mit Öl und Essig, etwas selbst gemacht, mit Gemüsebrühe und so sieht er aus. Und was möchte ich gerne euch noch zeigen. Ich habe in meinem Regal noch ein Glas von Wassermelonen entdeckt und dieses Glas haben wir gemacht am 18.6.18 2018. Sozusagen in einem Monat wird es sechs Jahre alt. Liebe Freunde, dieses Glas war immer bei Zimmertemperatur aufbewahrt. Das ist jetzt, wo wir jetzt hier gezogen haben, wie Keller, dann ist das Kühler stehen. Aber sonst die über ganze Jahre hatten wir keine Keller, hatten wir einfach im ganz normalen Zimmer alles aufbewahrt und alles gut gehalten. Und gestern Abend habe ich das aufgemacht und zum Abendbrot echt genossen. Das schmeckt mir komfort, das ist sogar noch besser als nach einem Jahr. Es ist nicht sauer, wirklich eine super schöne Beilage zum Abendessen, wenn man Brot macht. Schaut, wie schön auch knackig und fest. Erfrischend, weil ich jetzt im Kühlschrank gestellte, jetzt ist richtig schön kalt. Schmeckt wirklich, wirklich sehr lecker. Und das wollte ich euch einfach nur mal zeigen als Beweis, weil wenn die Skeptiker sagen, oh nee, so geht das nicht und so lange ist es nicht. Doch, das geht, wenn man alles richtig macht, alles sauber macht. Es geht alles. Weil früher unsere Omis und Opis auch ohne diese super duper Einkocher das alles gemacht haben. Ein ganz normaler Top und hat das alles gehalten. Und das ist, liebe Freunde, mein Beweis. Und jetzt möchte ich euch natürlich zeigen, wie habe ich meinen Kartoffelsalat gemacht. Viel Spaß! Für diesen Salat brauchen wir gar nicht so viele Zutaten. Kartoffeln habe ich schon gekocht. Er ist schon leicht abgekühlt, aber bevor wir fangen, die Kartoffeln zu schälen, werden wir erstmal Marinade machen. Und Marinade mache ich mit den Zwiebeln, Gemüsebrühen, bisschen gebe ich gleich schon Salz und Pfeffer und werde es mit dem kochen heißen Wasser übergießen. Und bis dass ich das Rest vorbereite, werden Zwiebeln einfach mit Gemüsebrühe ziehen. Erstmal schneide ich Zwiebeln. Zwiebeln, rote Zwiebeln, weiße Zwiebeln oder wie in meinem Fall Schaloten, das spielt keine Rolle. Und versuche immer, es ist wirklich ziemlich fein zu schneiden. Und gebe das alles in einen Schal. So, Zwiebeln haben wir jetzt geschnitten. Jetzt geben wir von der Gemüsebrühe richtige, gute, einen Teelöffel. Wer nicht hat, kein selbstgemachte, geht auch gekauft. Ein bisschen gebe ich erstmal Salz, nicht viel. Na, Salz nachwürzen können wir dann später. Und dann den Pfeffer. Pfeffer in meinem Fall nehme ich Zitronenpfeffer, was ich auch selber gemacht habe und habe dafür auch ein Video. Und diese Mischung, jetzt übergießen wir mit dem heißen Wasser. So reichlich. Jetzt decke ich es zu und stelle an die Seite. Kann ruhig erstmal ziehen. Und werden wir jetzt unser warme Kartoffeln schälen und gleich in eine Schüssel schneiden. Ich habe ihn mit dem kaltem Wasser abgespült und hoffe, dass wird es gut zum Schälen. Es ist auch schon junge Kartoffeln von dieses Jahr. Und dann können wir gleich schon in die Schüssel schneiden. In die Scheiben oder Halbscheiben oder Würfeln, es ist ja dann egal. Und diese Salat, das kann man eigentlich abends vorbereiten und über Nacht im Kühlschrank stehen. Dann zieht er richtig schön gut. Oder dann, wie ich jetzt auch heute früh mache ich jetzt Salat und abends zu dem Grillen ist er schön durchgezogen. So, Kartoffeln haben wir jetzt fertig gemacht. Jetzt geben wir noch dazu Sauergurken oder Gewürzgurken. Ich mache mich schon fertig in so eine kleinere Gläschen und ich kann gleich es in meinen Salat reinmachen. Komplett mit dem ganzen Inhalt und Gurkenwasser. Gurkenwasser gibt auch einen sehr schönen Geschmack für den Salat. Oder wenn Salat ist zu dick und weiß man nicht, wie es so ein bisschen so schnutzig macht, dann macht man einfach Gurkenwasser dazu. Perfekt. So, und schauen wir jetzt nach unserer Gemüsebrühe mit den Zwiebeln. Geben wir noch dazu Essig. Nehmen wir gleich einen Esslöffel. Ich nehme den Weißweinessig oder Balsamico-Essig. Der ist lieblich, deswegen schmeckt auch sehr gut. Und so ein Teelöffel Senf. Und verrühren wir das alles gut. Unbedingt dann probieren, wie die Marinade schmeckt. Und wenn es notwendig ist, dann abschmecken. Und werde ich jetzt probieren. So, Essig. Es ist genug ein Esslöffel. Was kann man auch eine Prise Zucker dazu geben. Nicht viel. Wirklich nur Prise. Und wir geben jetzt noch kein Öl. Erstmal lassen wir so 30 Minuten, besser sogar bis eine Stunde ziehen. Und nur dann geben wir frische Kräuter und Öl. Wenn wir jetzt Öl reinmachen, dann wird unser Kartoffel von Öl so sozusagen versiegeln und lässt die Brühe nicht rein. Sonst ohne Öl ist besser. Ich gebe erstmal nicht alles. Letzt habe ich zu viel angerührt. Mal schauen. Ich lasse erstmal. Mache nicht komplett. Und wenn was, kann ich noch dazu geben. So ungefähr eine halbe Stunde könnte man auch noch mal umrühren. Und dann nachgeben wir noch ein bisschen Öl dazu. So, es ist ungefähr zwei Stunden steht mein Salat. Schaut wie es aussieht. Ich glaube nicht, dass ich von Marinade noch was dazu gebe. Oder ich muss ein paar Kartoffeln noch mehr dazu kochen. Aber jetzt werde ich ihn fertig machen. Das restliche siebe ich einfach durch, dass ich den Zwiebel in den Salat nehmen kann. So. Und die Soße, diese Marinade, stelle ich einfach in den Kühlschrank. Und morgen, wenn ich mein Fleisch zubereite, kann ich in die Soße geben. Nichts wegschmeißen. Einfach in die Kühlschrank stellen. Und er kann noch ein paar Tage halten. Jetzt geben wir noch den Schnittlauch dazu. Schön grün. Und jetzt geben wir auch Öl. Ungefähr so zwei, drei Esslöffel. Oder gebt ihr. Probiert ihr. Und da kann man immer noch nachwürzen. Dazu geben. Schaut wie sieht er aus. Und wie gesagt, jetzt könnt ihr mal hier Eier noch reinschneiden. Wurst reinschneiden. Paprikawürfelchen reinschneiden. Dann wird auch die Soße weggehen. Aber das ist jetzt einfach nur ein Grundrezept für den Kartoffelsalat. Und dann kann man nicht umernden, so wie es gerne möchte. So liebe Freunde, sind wir heute wieder mal fertig. Haben wir uns schöne, leckere Salat für Abendessen zubereiten. Und ich hoffe, es wird euch erst gefallen. Aber vielleicht sogar ihr selber macht auch so. Wurde mich sehr freuen über eure Kommentare. Über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.